links runter genau da hinten ist ja auch ein schleichweg, da kommen wir nämlich auf die anderen sachen direkt zu komm hier ist, wenn ich jetzt hier runter fahre, richtig? ist das schon hier? warte mal hier ist mein gummiband oh cool 25 gummibänder schon, nice. wir müssen aber hier runter. bleibt nicht aus, egal, ganz gemütlich, ausrollen lassen hier. dann können wir den ersten am strand hier machen so, den ersten am strand und sollen den leuchtturm fotografieren gutes foto. so, jetzt müssen wir wieder hier hoch die steuerung ist nicht so meins mit W, R, S, D und mit fahrradfahren, aber das ist eigentlich voll toll, ok. bei der nachtwehr ist geiler gewesen so, den jahrmarkt schön im blick so, ein bisschen noch mal ein foto jetzt, ja, kira zurück zum klassenzimmer können wir bestimmt die kamera behalten, das ist jetzt eine bessere, überhaupt ich glaube nix besonderes hatte die jetzt, glaube ich, mehr zoomen oder so, wenn überhaupt so viel besonderes war es jetzt nicht an der kamera, ich fand die jetzt auch nicht so berauschend ah, klar so wie sieht aus, ob ihr Zwillinge wärt gleich Klamotten macht's rein na komm, sind wir schon schneller als das Auto ja, natürlich ach, hupp hier nicht rum, ich kann doch nicht mal klingeln wenn ich das A nicht bekomme, dann wird meine Mutter so verabschiedet ja, wir haben den Fahrständer erreicht, aber nicht passend aber Hauptsache mal einen Fahrständer geparkt komm, verprügelt ihn mit dem Baseballschläger, verprügelt ihn mit dem Baseballschläger boah mitten ins Fressbrett mit dem Baseballschläger und der Hausmeister guckt nur zu na Jungs, alles gut so lalalala so du weißt, Jimmy, du hast ein bisschen schweres aber ich denke wirklich, dass es dir etwas Besonderes gibt weiter bestanden und er hätte bestimmt die Kamera bekommen wir jetzt ja, die Gitterkamera feilgeschaltet ach Farbfotos das ist mir gar nicht aufgefallen aber jetzt ist ja alles in Farbe richtig war ja vorher mal schwarz-weiß genau, ich erinnere mich so jetzt fass wir hier wieder runter mal gucken, wie viel Unterricht ich brauche da hier, ich hab noch ein paar Blumen ich weiß gar nicht, wie viele noch hab ja, wow, 100% mehr Leben na, komm, die streiten sich, komm bitch fight der alte Perverse da hinten guckt wieder da rum die schlagen sich doch jetzt gleich ich hörte ca. 10 Leute aus dir Leute, die geht jetzt weinen nein, verfolgt mich doch bitte jetzt nicht ich hab Quests zu tun was ist das denn? können wir uns weiner verraten? Observatorium? scheint es auf jeden Fall in der Richtung zu sein nein ich will keine Quests annehmen pardon me hallo Tastatur ah, du gehst wieder ja, manchmal bei dem Spiel ist das Spiel ist sowieso etwas buggy, finde ich aha Mandy 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 die fehlt mir noch na, Frontal drauflaufen zack angetäuscht haha komm, verfolgt mich oh oh ach, die ach, die trauen sich nicht da hin, okay na gut, wer da oben eine Kartoffelkanone draufstehen hat sollte sowieso Angst haben ach, ich hab die Tests aktiviert ich düssel verteidigung äh, verteidiger der Festung verteidigung äh, verteidiger der Festung oh, hier ist er, Herr Big oh, kannst du einfach verloren werden? oder hilf, wir versuchen hier raus zu kommen komm mal, Muscles wir haben nicht lange was du sprachst die Jocker kommen um uns zu töten oh, dank dir und deinen kleinen Bildern du willst sie du siehst du siehst du siehst du siehst ist natürlich das ist das 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 ist nicht wichtig ich wir wir sind wenn sie kommen was ist es okay wir 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 wären um wir fern �� wir 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 werden wir wir winken wir wir Na? Okay. Barrikade. Wenn wir da hinlaufen müssen, machen wir das mal, Jungs. Achso, ich soll da oben. Ach. Wissen Sie, was geil ist? Das Ding. Oh. Bleibst du wo liegen? Gehst du mit deinem Baseballdustschläger? Geh zurück zum Observatorium. Sind wir bereit dafür? Komm, Kartoffelkanone. Komm schon, gib ihm die verdammte Kartoffelkanone. Nicht dieses kleine Kinderding, sondern das Geschoss da oben. Jimmy, geh zu dem Spuncannon! Es ist unsere letzte Chance! Mach ich doch gerne! Mach ich doch gerne! Das Ding ist der Oberhammer. Das Ding ist der Ober-Shit. Das hat doch unendlich Kartoffeln, das Ding, das Ding. Das fand ich voll. Wir können es benutzen. Dann, 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 dann. Immer schön hier lang. Boah, der eine kriegt aber immer, wenn ich den Aufzug hab, voll auf den Nüsse. Ach, dann, 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 dann. Alle. Du, bleibst so WULI. Ich scha Ja, geschafft, war ja einfach! So, up! Schickes Outfit. About my favorite dish. Revenge. Revenge? Against who? Who do you think? The football team. Those overdeveloped, underbrained lords of our little manor. Reduced to a bunch of sniveling wretches. Bowing down. To my... You mean our? I meant our. Superiority. Us. Ruling. Like gentlemen, over the peasants. Us? Us? Yes. You ruling, of course. Me offering some sage advice. Doing all the thinking. That sort of thing. Merlin, to your King Arthur. Whatever. What's the plan? Well, first, we need you to get the school mascot costume. And how do you suggest I do that? Well, go follow them. Wait for us to distract the gorillas. Go! While we still have hope! Wait for me, I could just climb up here. I could just climb up here. Dude. Na, komm schon. Bam. Bam. Die halten voll viel aus. Oh, geil. Der hilft mir. Die halten! I mean, you are dead! I'm gonna hit you until you don't love it. Okay. Well, we should do two. So. Mascotchen. Bam. Damn. Damn. No, I'll break it!